Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer zu einem neuen FRM-Spezial. An meiner Seite wieder der Politikwissenschaftler Professor Werner Patzel, der ja, das muss ich sagen, in den letzten Wochen sehr medienpräsent war. Es gibt da einiges Neues zu berichten und man hat sie auch ausgiebig befragt, warum das so ist. Da kommen wir gleich noch drauf. Zuerst möchte ich die heutige kleine Frage-Viertelstunde nutzen, um mit dem Publizisten Henrik M. Broder zu beginnen. Der hat ganz aktuell scharfe Kritik an den inneren Verhältnissen in Deutschland geäußert. Anstatt die Herausforderungen anzugehen, vor denen das Land stehe, beschäftigt man sich lieber mit Scheinproblemen. Wir reden nicht über die wirklichen Probleme, sondern erfinden künstliche wie genderneutrale Toiletten. Und er hat gesagt, Deutschland ist ein Irrenhaus, könnte man die Bundesrepublik überdachen, wäre es eine geschlossene Anstalt. Aus Politikwissenschaftlicher Sicht können Sie diese Aussage bestätigen? Das ist natürlich alles zu hoch gegriffen. Der Kerne Kritik ist der, dass wir wirkliche Probleme anzusprechen, uns oft scheuen, und zwar insbesondere dann scheuen, wenn wir den Eindruck haben, die Begriffe, die wir bräuchten oder die Argumente, die sie dann ergeben, wären politisch inkorrekt oder zumindest so, dass man sich angreifbar machte. An dieser Stelle verteidigen wir lieber die sogenannten Grenzen des Sagbaren, verzichten wir auf Beschreibungen, die anstößig sein könnten und somit auch auf eine Befassung mit den Problemen. Und weil man ja an bestimmten Problemen herumlösen muss, entdecken wir dann wirklich sehr, sehr große gesellschaftliche Probleme, wie die, dass bayerische Schulkinder sich im zarten Alter von sieben, acht Jahren entscheiden müssten, ob sie divers wären, denn dann dürften sie die künftig errichtete dritte Toilette auf bayerischen Grundschulen benutzen. Aber ist das nicht gerade ein bisschen symptomatisch für die heutige Zeit, dass wir wirklich viele Dinge ansprechen, auch politisch im Bundestag, die eigentlich erst so in zweiter, in dritter, in vierter Reihe sein müssten und die richtigen, die harten Probleme, die unser Land hat, ein bisschen wegretuschieren wollen? Das ist wohl im Großen und Ganzen so. Und mir scheint der Grund darin zu liegen, dass derzeit viele Selbstverständlichkeiten, auf die wir uns beim politischen Nachdenken und beim politischen Reden gestützt und verlassen haben, wie man sich auf das Bett zu Hause verlässt, indem man sich wohlfühlt, dass diese Selbstverständlichkeiten ins Wankern geraten sind. Wann immer wir in Europa ein Problem hatten, wussten wir, wir lösen das Problem durch mehr Europa. Wann immer wir in der Gesellschaft ein Problem hatten, wussten wir, wir lösen das Problem durch mehr Liberalisierung. Wann immer wir ein Problem mit Nationalismus und Chauvinismus hatten, wussten wir, wir lösen das Problem, indem wir Grenzen öffnen und Zuwanderung befördern, denn dann vergeht das nationalistische Element in einer multikulturellen Gesellschaft. Und wir merken, dass diese Rezepte, so plausibel sie auf den ersten Blick sind und so erfolgreich sie in mancher Hinsicht in der Vergangenheit gewesen sind, nicht mehr so recht tragen. Folglich müssten wir uns auf neues Gelände begeben, beim Beschreiben von Problemen, beim Durchdenken von Problemen, beim Ausarbeiten von Lösungsvorschlägen. Und das tun wir lieber nicht, denn wenn man ein wenig abseits vom Pfad der Tugend sich bewegt, ereilt einen in Deutschland sehr schnell das Gewitter des öffentlichen Erregens über eine Aussage, um vom Schwingen aller möglichen Keulen ganz zu schweigen. Sie sind ja auch einer, der das erleben muss und musste. Wir haben auch sehr viel öffentlich geredet in unseren Gesprächen und sie haben auch viele Dinge gesagt, die das Volk auch versteht, wo man sagt, okay, das erleben wir im täglichen Leben und wurde aber dann doch eines Besseren belehrt, wenn man in die Tageszeitung schaute oder das erste deutsche Fernsehen gesehen hat. Nee, so ist es gar nicht, das wird alles überspitzt. Der Professor Patzl, der zieht ja irgendeine voreilige Schlüsse. Hat Sie das manchmal auch traurig gemacht, dass man einfach sagt, das Denken wird ein bisschen umgepolt in einfach mitmachen? Schauen Sie, wichtig ist, dass man grundsätzlich und auf lange Frist recht hat. Die kurzfristigen Erfolge, die haben für mich nie eine sonderlich große Rolle gespielt. Hätte ich mich in meiner grundlegenden Analyse dessen, was die Quellen des deutschen Rechtspopulismus sind, was die Ursachen des AfD-Wahlerfolges sind, hätte ich mich in diesen grundlegenden Dingen geirrt, dann würde ich mich ärgern. Aber in den grundlegenden Dingen gibt mir ja die Entwicklung recht und wenn andere eben langsamer beim Lernen sind als ich, mein Gott, das ist ganz normal, denn schließlich bin ich der Professor für Politikwissenschaft und andere sind es nicht. Sie haben sich schon von Anfang an mit dem Problem PEGIDA beschäftigt. Sie haben das sogar in einer Studie verarbeitet. Was hat Ihnen das jetzt im Nachhinein gebracht? Also auf der einen Seite haben meine vier Studien zu PEGIDA mich bundesweit noch bekannter gemacht, als ich davor gewesen bin. Und das kann man mögen oder kann das mögen sein lassen. Auf alle Fälle ist es so. Auf der anderen Seite hat mir meine, den Tatsachen entsprechende Beschäftigung mit PEGIDA, ein verbranntes Auto gebracht, Störungen meiner Auftritte an anderen Universitäten, Proteste gegen Reden von mir in Parlamentsplenarsälern und die Verweigerung einer Seniorprofessur mit dem Argument, ich hätte den Ruf der TU Dresden unwiederbringlich beschädigt, weil ich als Politikwissenschaftler Politik und Wissenschaft zu eng aufeinander bezogen hätte. Ist da etwas dran? An all diesen Vorwürfen ist das nicht das Mindeste dran, denn ich habe schlechterdings meines Amtes gewaltet und das Amt des Politikwissenschaftlers besteht darin, politische Phänomene, insbesondere wenn sie neu und wichtig sind, mit den Tatsachen übereinstimmend zu beschreiben, zu erkennen, was hat das für eine Problemgestalt, zu verstehen, was treibt die Leute um, zu erklären, warum kommt es zu den Phänomenen, die da sind und anschließend Vorschläge zu machen, wie man sich zu einem solchen Phänomen verhalten müsste. Man hat sämtliche meiner Ratschläge, wie man mit Pegida und der AfD umgehen müsste, jahrelang zurückgewiesen, als auf falschen Tatsachenanalysen beruhrend. Es sind aber in der Wirklichkeit genau jene Folgen eingetreten, die ich vorhergesagt habe für den Fall, dass man sich um meine Ratschläge nicht hält. Es scheint jetzt so zu sein, als wäre mancher Leute aus Schaden klug geworden und jetzt finde ich für das, was ich anrate zu tun, wesentlich mehr Gehör als noch vor drei Jahren. Aber es scheint symptomatisch zu sein für die heutige Zeit, dass Leute, die warnen, die den Mainstream entgegen gehen, es schwer haben. Ich glaube nicht, dass das für die heutige Zeit typisch ist. Wenn Sie in die antike Literatur gehen, finden Sie die tragische Gestalt der Kassandra von Troja, welche ihre Mitbewohner der Stadt vor dem hölzenden Pferd warnte, weil sie sagte, das sei kein einfaches Geschenk der Griechen, sondern damit verfolgten sie üble Absichten. Kassandra war nicht sonderlich glücklich, als ihre ganzen Warnungen sich tatsächlich als wahr herausgestellt haben. Es war schon immer etwas teurer, eine eigene Meinung zu haben und es ist auch ganz fair, dass Meinungsfreiheit ebenso etwas kostet wie die Reisefreiheit. Denn bloß weil man Reisefreiheit hat, bekommt man die Reise nicht umsonst, sondern muss dafür zu bezahlen. Es scheint aber so zu sein, als wäre in den letzten Jahren der Preis für die Nutzung einer eigenen, vom Mainstream abweichenden Meinung ziemlich angestiegen. Und dann muss man sich die eigene Meinung auch leisten können, was man als Hochschullehrer kann. Jetzt wird im Herbst in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Sie sind in dieser Programmkommission, oder wie nennt man es nochmal ganz genau? Es ist jene Kommission, die das Wahl- und Regierungsprogramm der Sächsischen Union auszuarbeiten hat. Sie sind, daraus haben Sie nie ein Hehl gemacht, auch aktives Mitglied der CDU. Jetzt frage ich Sie mal ganz provokant, kann man denn bis dahin in einem halben Jahr all die vielen, vielen Dinge, die schiefgelaufen sind, die das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler so tief erschüttert haben, kitten? Man muss die Sache noch etwas weiter fassen. Kann man von der Landesebene aus Vertrauen zurückgewinnen, das auf Bundesebene verspielt worden ist? Nämlich durch die Migration der von einer CDU-Parteivorsitzenden geführten Bundesregierung, deren Migrationspolitik seit dem Jahr 2015-16. Das hat das Vertrauen in die Union nachhaltig erschüttert. Und dass der jetzige sächsische Ministerpräsident seinen Wahlkreis in Göllitz bei der Bundestagswahl verloren hat, das geht weniger auf ihn selbst zurück, sondern darauf, dass damals viele im Sachsenland eine Abrechnung mit der CDU und der ungeliebten Parteivorsitzenden der CDU versuchten. An dieser Stelle gibt es aber sozusagen für die Sächsische Union Positives mitzuteilen. Die Parteivorsitzende Merkel ist Geschichte. Die neue Bundesvorsitzende der CDU hat deutlich neue Akzente gesetzt, und zwar gerade auch in der Migrationspolitik. Wenn das nicht nur Schwalben sind, die nur scheinbar vom Frühling und vom Sommer kündern, sondern wenn das wirklich eine Veränderung der Politik darstellt, werden wir im Herbst auf eine ganz andere Weise uns der Wahl und zuvor dem Wahlkampf stellen können, als es noch bei der Bundestagswahl der Fall gewesen ist, wo in manchen Bereichen Sachsens die CDU gar nicht mehr stattgefunden hat, weil die Abgeordneten und die Mitarbeiter und die Mitglieder der CDU sozusagen vor der Zeit schon aufgegeben hatten, weil es sinnlos wäre. Und was Versäumnis in der Landespolitik betrifft, etwa bei den Lehrern, bei der Polizei, bei der Entwicklung des ländlichen Raumes, sind ja diese Fehler längst erkannt und sind sie auch schon in politischer Entscheidung durch die jetzige CDU-geführte Landesregierung umgesetzt worden, sodass man im Grunde beim Wähler darauf hinweisen muss, dass die CDU seit Jahrzehnten dieses Land wirklich gut regiert, dass sie Fehler, die sie begangen hat, eingesehen und abgestellt hat, dass auf Bundesebene endlich dasjenige geschieht, was die Sächsische Union immer schon wollte, nämlich eine bessere und vernünftigere Migrationspolitik und dass es deswegen überhaupt keinen Grund gibt, bei der nächsten Landtagswahl aus Protest, aus Ärger über die CDU das Wahlkreuz bei einer anderen Partei als der CDU zu machen, falls man nicht die Linken, die Grünen oder die Sozialdemokraten zu wählen gedenkt. Aber trotzdem hat sie ja bei diesen Werkstattgesprächen Kramp-Karrenbauer vermieden, die Entwicklung in 2015 als Fehler zu bezeichnen. Sie hat nur gesagt, das dürfe sich nicht wiederholen. Wäre ja hier nicht mal wirklich ein Statement angebracht gewesen, dass man sagt, okay, das war ein Fehler, das war falsch, was da Angela Merkel im Alleingang entschieden hat? Viele in der Union formulieren das ja genauso. Früher wurden sie irgendwas zwischen totgeschwiegern und um ihre Karriereaussichten gebracht. Von einer neuen Parteivorsitzenden zu verlangen, dass sie gleichsam gnadenlos mit der Politik ihrer Vorgängerin bricht, ist etwas viel verlangt. Man muss ja bedenken, dass in der CDU auch viele sind, welche die Migrationspolitik der Vorsitzenden Merkel für richtig gehalten haben. Die gehören ja weiterhin zur Partei. Sie sind auch Teil der Familie, hatten aber einfach andere politische Einschätzungen. Wichtig ist, dass eine Parteivorsitzende die Familie, das heißt den Laden, das heißt die Partei zusammenhält und dass man dann Fehler, die guten Willens begangen worden sind, dass man diese dann mit Geduld, mit Umsicht und seinerseits mit gutem Willen wieder in Ordnung bringt. Glauben Sie, dass die Sachsen das so wirklich auseinanderklamüsern können? Zum einen die Fehler ganz oben und dann die Politik hier vor Ort? Ich glaube schon, dass die meisten Sachsen wissen, dass Angela Merkel nicht sächsische Ministerpräsidentin gewesen ist, sondern Bundeskanzlerin. Ich glaube auch, dass man den meisten Sachsen vermitteln kann, dass die Migrationspolitik eines Landes im Wesentlichen Sache der nationalen Regierung und nicht von Landesregierungen ist. Und wir werden im Wahlkampf nicht müde werden, darauf hinzuweisen. Obendrein werden wir auch darauf hinweisen, dass die Sächsische Union gemeinsam mit der Bayerischen CSU schon vor zwei oder drei Jahren ein Positionspapier erarbeitet hat über eine vernünftige Migrations- und Integrationspolitik, welches leider in der Union nicht jenen Anklang gefunden hat, den sich die Verfasser des Papiers darunter, war ich selbst, gewünscht hätten. Jetzt aber sind wir wieder auf gutem Kurs und das gilt es im Wahlkampf zu vermitteln. Aber bundespolitisch passiert ja noch nicht viel. Gerade bei den Abschiebungen ist immer noch ein Riesenstau. Also wir kommen immer noch täglich Menschen ohne Papiere ins Land, die einfach hier herum marodieren und sich eine Existenz aufbauen wollen aufgrund unserer Steuergelder. Also dieser endgültige, dieser Schluss mit dieser Politik wird ja nicht vollzogen. Er wird noch nicht vollzogen, weil allzu viele in diesem Lande meinen, es sei ein Zeichen von Hartherzigkeit, das sich genau Deutschland nicht leisten solle, Leute aus dem Lande gegen ihren Willen wieder zu entfernen. Es ist ein Grund auch der, dass unser Staat ohnehin ziemlich lax und nachlässig geworden ist, wenn es andere Rechtsgüter in der Praxis durchzusetzen gilt, als falsches Parken oder Geschwindigkeitsübertretungen oder Überfahren einer Kreuzung, wenn die Ampel auf Rot steht. Hier hat sich ein großer Teil unserer zuständigen Verwaltung einfach dem ergeben, dass die Gesellschaft eine strikte Migrationskontrolle bislang ja gar nicht gewünscht hat und dass man folglich auch keinen gesellschaftlichen Rückhalt hatte. Und die politischen Führungen in den Innenministerien, die konnten lange Zeit ja auch nicht dessen gewiss sein, dass eine auf Effektivierung der Rechtsdurchsetzung zielende Politik überhaupt geschätzt und nicht gefährlich für die eigene Karriere würde. Hier sind wir in einem Wandel, der einfach seine Zeit braucht. Nichtsdestoweniger muss man ihn entschlossen vorantreiben. Michael Kretschmer hat ja klargestellt, dass weder mit AfD noch mit Linken eine Regierung gebildet wird. War das ein bisschen voreilig vielleicht oder ist er da ganz sicher, dass das die CDU rumreißt? Schauen Sie, mit einer Partei, die nicht weiß, ob sie das System beseitigen soll oder Teil des Systems werden will, also mit der AfD, mit einer solchen Partei, die es nicht entschieden hat, ob sie auf Seiten des politischen Systems oder auf Seiten von dessen Gegnern stehen will, kann man nicht gut zusammenarbeiten. Man kann überhaupt nicht damit zusammenarbeiten. Auch kann man mit einer Partei, bei der noch jede realistische politische Führung von einer aufmüpfigen, sich radikalisierenden, sich in Empörungen ergehenden Basis weggefegt worden ist. Mit einer solchen Partei kann man nicht die notwendigen Absprachen treffen. Und obendrein kann man mit einer Partei, die ein Prüffall für den Verfassungsschutz ist, auch nicht zusammenarbeiten, wenn man glaubwürdig für unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung stehen will. Insofern ergibt sich die Lagebeurteilung des Ministerpräsidenten aus objektiven Voraussetzungen, die so sind, wie sie derzeit eben sind. Aber es wird auch schwer werden, wenn die SPD weiter in diesem schweren Fall weitergeht. Vielleicht traute man nicht mal die 10-Prozent-Hürde schafft. Mit wem will man denn dann regieren? Die FDP, die will ja erstmal wieder auch in den Landtag reinkommen. Es hängt ganz und gar von den sächsischen Wählerinnen und Wählern ab, wie die Mehrheitsverhältnisse im Landtag sind. Und unser Ziel ist es, möglichst vielen Wählern klarzumachen, dass der einzige Weg, der zu stabilen und für dieses Land gedeihlichen Verhältnissen und einer konsistenten Politik führt, dass der einzige Weg, der dorthin führt, darin besteht, das Wahlkreuz genau bei der CDU zu machen. Und wir hoffen, dass wir möglichst viele Wähler im Sachsenland von dieser Notwendigkeit, der Vernunft und hoffentlich auch von der Freude an solcher Vernunft überzeugen können. Und dann wollen wir hoffen, dass am Wahlabend sich jene Frage gar nicht stellt, um die herum die meisten überhaupt erst nachzudenken beginnen, wenn das Gespräch auf den sächsischen Landtagswahlkampf kommt. Kommen wir nochmal zum ganz persönlichen Thema. Sie gehen quasi in Pension. Im März endet Ihre Professur an der TU Dresden. Wir haben es ja schon erfahren, dass die Senior-Professur Ihnen nicht gewährt wurde. Gehen Sie mit einem verbitterten Gefühl aus dieser Zeit heraus? Ich werde ganz ordnungsgemäß pensioniert. Ich habe die Dummheit begangen, meiner Universität und meiner Fakultät anzubieten, meine Arbeitskraft noch zwei, drei, vier, fünf Jahre weiterhin in den Dienst dieser Fakultät und Universität zu stellen. Das gab der Fakultät und der Universität eine Gelegenheit, sich sozusagen an einem in Ungnade gefallenen Kollegen zu rächen. Das hat mich nicht erfreut, noch dazu, wo ich Gründungsprofessor des Instituts für Politikwissenschaft und nach dem Gründungsdekan der erste Kollege an dieser Fakultät gewesen bin. Das hat mich nicht erfreut. Anderen Teils hat das dazu geführt, dass nun ein klarer Schnitt gezogen wird. Ab dem 31. März ist meine Zeit an der TU Dresden eine abgeschlossene Episode meines Lebens. Und ich gehe froh gelaunt meinem nächsten Lebensabschnitt entgegen. Und nachdem ich die Absicht habe, ziemlich alt zu werden, werde ich jetzt noch 15, 20 Jahre intensiven öffentlichen und politischen Lebens vor mir haben. Also ich wollte gerade fragen, Sie bleiben aber weiter Mikrofon, Reporter und Kamera treu. Wenn man diese Analysen wünscht, die Sie geben. Wer immer von mir ein Interview will, wird ein Interview bekommen. Wer immer von mir eine Analyse will, wird eine Analyse bekommen. Ob sie erwünscht ist oder nicht, ist für mich ganz und ganz nebensächlich. Das einzige Anliegen, das ich habe, ist, dass meine Analysen mit den Tatsachen übereinstimmen. Und wenn man nun meine Analysen über die deutsche Innenpolitik in den letzten Jahren mit dem realen Gang der Entwicklung vergleicht und dann im Vergleich mit dem, was manche Kollegen zusammen analysiert haben, stehe ich ziemlich gut da und werde froh gelaunt weiterhin meinen öffentlichen Pflichten nachgehen. Professor Patzelt, vielen Dank für das Gespräch und persönlich und auch dann hier als beratender Mann an der Seite von Michael Kretschmer. Viel Erfolg. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Danke schön.